Bei der Modellierung von Anwendungsfällen passieren immer wieder die gleichen Arten von Fehlern. Und da wir am meisten aus Fehlern lernen, wollen wir diese üblichen Fehler gemeinsam miteinander durchgehen. Als erstes beleuchten wir einen ganz typischen Fehler, den ich auch schon öfters in den vorhergehenden Folien anklingen lassen. Nämlich viele nehmen an, dass bei Extend auch die Beziehungen zu den Akteuren vererbt werden. Das ist jedoch nicht der Fall. Sehen wir uns jetzt noch einmal am Beispiel hier an. Auf der linken Seite haben wir das Beispiel korrekt nach UML Standard modelliert. Das heißt, eine Lehrende kündigt eine Lehrveranstaltung an und das Reservieren des Hörsaals erweitert diese Ankündigung. Ich muss aber trotzdem eine Beziehung einzeichnen zwischen der Lehrenden und der Reservierung des Hörsaals, damit klar ist, wer die Reservierung des Hörsaals durchführt. In der Praxis verzichten viele auf eine Beziehung zwischen der Lehrenden und der Reservierung hier und nehmen an, wenn im Basis-Use-Case die Lehrende schon zugeordnet ist, dass dies dann auch für den erweiterten Anwendungsfall gilt und gedanklich haben sie sozusagen diese Beziehung eingezeichnet. Das ist jedoch nicht korrekt. Warum das nicht korrekt und auch nicht gewünscht ist, wollen wir noch einmal erläutern. Was wäre denn, wenn den Hörsaal nicht die Lehrende selbst reserviert, sondern eine Tutorin reserviert? Das heißt, ich ändere das Beispiel auf der linken Seite ab und statt der Beziehung zwischen der Lehrenden und der Reservierung sage ich nun, eine Tutorin reserviert diesen Hörsaal. Würde ich jetzt auf der rechten Seite das einzeichnen und sagen, die Tutorin reserviert den Hörsaal und ich hätte gedanklich noch immer diese Beziehung hier aufgrund der Extens und ich würde das wirklich vererben, also hier gestrichliert eingezeichnet habe, dann wäre es unklar, wer das Ganze durchführt, weil dann würde ja die Reservierung des Hörsaals von einer Tutorin gemeinsam mit der Lehrenden durchgeführt werden und das ist ja auf keinen Fall korrekt. Dann wäre es unklar, was passiert. Daher, wir halten noch einmal fest, bei Extend wird die Beziehung zu den Akteurinnen nicht vererbt. Gleichlautend zu Extend gilt dasselbe für Include. Auch bei Include ist es notwendig, dass eine Beziehung zwischen dem inkludierten Anwendungsfall und dem ausführenden Akteur oder ausführenden Akteurin eingezeichnet wird. Das ist laut UML-Standard auf diese Weise zu modellieren. Wenn ich es so, wie in der Praxis oft gemacht wird, modelliere, würde den Anwendungsfall Y niemand ausführen und das wäre dementsprechend falsch. Ganz wichtig ist, wir nutzen Anwendungsfalldiagramme nicht, um Abläufe zu modellieren. Abläufe modellieren wir mittels Aktivitätsdiagrammen. Eine ganz wichtige Forderung an einen Anwendungsfall ist, dass dieser einen klar erkennbaren Nutzen für die Akteurin zur Verfügung stellt. Sehen wir uns das an diesem Beispiel mit vier Anwendungsfällen an. Wir starten rechts unten mit dem Anwendungsfall ein Zeugnis zu erhalten. Dieser könnte inkludieren, dass eine Verständigung über das Zeugnis ausgesendet wurde. Damit ich eine Verständigung über ein Zeugnis aussenden kann, bedingt es, damit inkludiert es vielleicht, dass überhaupt ein Zeugnis ausgestellt wurde. Ähnlich könnte ich argumentieren, dass das Ausstellen eines Zeugnisses bedingt, dass eine Note übermittelt wurde. Prinzipiell sind das richtige Aussagen, dass das eine das andere bedingt bzw. inkludiert. Doch eines ist nicht gegeben, nämlich, dass all diese Anwendungsfälle auch einen selbstständigen Nutzen für die Akteurin erzeugen. Das ist letztendlich nicht der Fall. Dies ist die Modellierung eines Ablaufes und Abläufe modellieren wir eben nicht in einem Anwendungsfalldiagramm. Hier sehen wir einen leicht zu erkennenden Fehler. Es gilt ja, die Akteurinnen stehen immer außerhalb der Systemgrenzen. Sie sind nie Teil des Systems. Hier ist Employee innerhalb des System Student Administration angegeben. Das ist natürlich ein Fehler, weil Employee außerhalb der Grenzen erscheinen müsste. Ein ganz typischer Fehler ist es auch, dass Akteurinnen unverknüpft werden, wenn ich eigentlich entweder oder meine. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Wir haben zwei Rollen, nämlich einmal die der Professorin und einmal die der Assistentin. Die Assistentin verwaltet die Studierendendaten, die Professorin legt Lehrveranstaltungen an. Das Aussenden von Informationen kann entweder die Professorin oder die Assistentin durchführen. Im linken Falle werden jedoch beide Rollen direkt dem Anwendungsfall Issue Information zugeordnet. Das würde bedeuten, nur beide miteinander können hier Information aussenden. Wenn wir das eben nicht wollen, ist die Lösung relativ einfach. Wir führen eine abstrakte Rolle einer Forschenden ein, von der die Assistentin und die Professorin erben. Und diese abstrakte Rolle dieserweise ich Issue Information zu und dementsprechend kann entweder die Assistentin oder die Professorin die Informationen aussenden. Das rechte Diagramm ist korrekt, während das linke Diagramm falsch ist. Grundsätzlich ist es bei der Anwendungsfallmodellierung wichtig, den richtigen Granularitätslevel zu finden. Am besten wir demonstrieren dies an einem Beispiel. Auf der linken Seite sehen wir, dass einer Forschenden drei Anwendungsfälle zugeordnet sind, nämlich der Anwendungsfall Lehrveranstaltungen zu erzeugen, sie zu ändern und sie zu löschen. Das ist auch komplett richtig, dass dies drei verschiedene Anwendungsfälle sind. Jedoch müssen wir auch bedenken, dass wir für jeden Anwendungsfall eine eigene Dokumentation benötigen. Und so entstehen unter Umständen sehr viele eher triviale Beschreibungen von Anwendungsfällen. Und um die Dokumentation in einem sinnvollen Umfang zu halten, empfiehlt es sich manchmal, triviale Anwendungsfälle vielleicht zusammenzufassen, wie in diesem Fall zu einem Anwendungsfall verwalte Lehrveranstaltungen. So halte ich die Dokumentation in einem sinnvollen Ausmaß. Daher würde ich hier die rechte Lösung gegenüber der linken Lösung präferieren. Eine Funktion mittels der funktionalen Zerlegung in ihre Teilfunktionen zu zerlegen, ist ein durchaus gängiges Konzept in der Informatik. Jedoch hat die funktionale Zerlegung in der Anwendungsfallmodellierung nichts verloren. Das heißt, man sollte nicht hergehen und einen Anwendungsfall betrachten und sich dann fragen, welche Funktionen, Teilfunktionen muss ich zur Erfüllung dieses Anwendungsfalls ausführen. So ermittle ich natürlich verschiedene Teilfunktionen. Aber ich sollte diese nicht mit Include-Beziehungen an den Anwendungsfall heften. Das wäre ein Fehler. Es bleibt letztlich nur das Ausstellen des Zeugnisses hier ein Anwendungsfall, weil diese Teilfunktionen stellen keinen eigenständigen Nutzen für die Akteurin dar. Jetzt wissen wir hoffentlich, wie wir die typischen Fehler der Anwendungsfallmodellierung vermeiden. Somit wollen wir zu guter Letzt noch ein gemeinsames Beispiel für eine Anwendungsfallmodellierung durchführen.